wir machen weiter mit spyro riptos rage teil 2 das war 2 nicht teil 2 von rytos h sehr schön vier spiele in einem 39 jahre kriegst du nur drei den fokus habe ich auch alles super alle schnittchen falls der cutscene kommt werden wir sie auch hören wir werden sie nicht nur wenn sie nicht auf dieses visuell sehen sondern wir werden sie auch mit tun hören schön sie mal was ich für eine coole höhle entdeckt haben spielen wir ein spiel ab und zu platz kristall popcorn aus dem boden wer zuerst zehn stück erwischt gewinnt erwische vorjäger zehn kristalle schneller dreist ich mag das mini spiel nicht weil er cheatet ich war schneller arschloch habe ich mir daneben gesprungen so entgegen gegeben sieben kann ich auch mir sitzen lassen und noch ein schon ich brauche sehr fair gespielt wenn wir das auf 20 noch eine kugel wenn du noch mal diesmal geht es bis 15 was meinst du 15 das ist ja sehr sozial natürlich wenn du es bist krasse ist aber ist dann ist aber richtig hart hat er mich abgeblockt dreist extrem okay vielleicht doch nicht kann immer noch zu an jumpen und dann zieht das für mich das ist ja micha und fährt der hat schon sechs ich habe gerade mal fünf nein und dann jump ich dann nein das hat auch nicht gezählt der cheatet hundertprozentig der hat schon neun stück wie er den einfach so grabbt ah dann war ich schneller ah dann war ich wieder schneller fuck you ja okay er hat gewonnen du bist echt schnell aber nicht so schnell wie ich was meinst du willst du es noch einmal bereit willst du es noch einmal versuchen ja nee ist klar okay 222 ist nicht gut fuck ja wie kann er fünf haben wenn ich den doch erst eben gerade geklaut habe wie kann er sein ich hab irgendwie so ein hack an oder so da wollte ich einfach dass ich die sachen hab grad cheated nein kamera kacke ah so nein ach das ist so unfair wenn ihr das macht komm da hab ich nicht aufgepasst komm 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 na wenn er das macht dann wenn er so schnell grabbt das ist so richtig ja das war das ja das hat sich wer das macht das speed grabbing macht was das wurde mir gar nicht angezeigt nein wenn ich dann wenn man eigentlich nur eins verpasst dann ist man schon richtig gefickt hier in den blöden oh und wieder einfach hier gefühlt einfach aus einem irgendwie drei stück rausholt ja ja wie ach als schulterschwammigen steuerung schneller das war echt schneller eigentlich muss ich mal dahin wo er hinläuft das ist der trick du bist echt schnell aber nicht so schnell wie ich was meinst du man muss eigentlich dahin wo er hinläuft damit man dann zumindest irgendwie weil sie nicht wie die chance hat dann ihm was weg zu schnappen so wieder aber da war ich leider zu langsam das meins ja genau natürlich leichte aufruf das fand ich unfair das war wieder so ein richtiger unfairer trick oh es waren aber drei hintereinander was machst du jetzt na guck mal ja weil die kamera wieder gespackt hat oh man klar doch 13 da kommt doch hier wieder so ein strahl das muss ich nur noch schneller sein aber nicht so schnell wie ich was meinst du willst du es noch einmal versuchen ich würde so eine Faust ins Gesicht schlagen das ist doch nicht mehr normal das ist nicht mehr normal wie der hackt tag natürlich nicht klar aber trotz dessen ein schlechter start gerade warte mal hier drauf warte ich jetzt hier wieder also muss man das machen dass du trick warte ich wieder hier drauf den punkt das hat nicht gezielt ich mache mich hier in der mitte da danke danke aber jetzt noch ein ich habe noch ein bisschen puffer da der kommt da das gönne ich ihn easy du bist echt gut ich muss mir wohl schwierigere spiele ausdenken nimm erstmal diese kugel die hast du dir verdient kugeln gesammelt und 100 prozent ich bin so gut ja ein level was ich nicht momentan sondern prozent machen kann ist die overworld bis jetzt ein guter schnitt und dann suchen wir uns mal den ausgang wie war denn das nochmal die rumfliegen ne oh fuck nein ich glaube nämlich wenn ich einfach so raus gehe wahrscheinlich ist es auch wirklich so dann bekomme ich diese end cut sie nicht zu sehen oder könnte bestimmt sein ich habe so ein bisschen den ich weiß gar nicht jetzt ausprobieren das kann bestimmt sein okay ich gehe einfach raus ja man sieht sie nicht oder? doch das ist ein brutales ende aber gut der anfang war ja auch brutal okay hier haben wir 100 prozent dann schauen wir uns mal jetzt müssen wir wahrscheinlich ein fluglevel oder das doch da drüben ist doch ein fluglevel die oase hat sich nicht an wie ein fluglevel wir haben doch hier noch hundertprozentig irgendwie einzelne wollen wir nicht erstmal das machen hier das ist doch so ein fluglevel oder also wir müssen das so oder so machen ich glaube dann mache ich das glaube ich erstmal ja das hat das ist doch so fluglevel ich mache das einfach um es hinter mir zu bringen wenn es keins ist dann ist natürlich auch schön ich hätte das auch nicht erwartet looklevel sind schön wenn es die nicht geben würde ach genau ja genau ich muss auch noch so wasserdrachen töten damit nehme ich schon ein mannequin überall verteilt sind das ist alles sehr offen verteilt das geht eigentlich glaube ich irgendwie schon aber da bin ich auch wiederum nicht konnte ich gerade auf dem wasser surfen nee das war gerade sehr komisch ja gerade sehr merkwürdig die bringen drei die auch ne komischen seemonster wie gut wir sollen das wahrscheinlich zusammen mit den toren machen das macht keinen sinn die alleine zu machen weil man dann gleichzeitig die toren mitmacht wäre natürlich sehr klug und da habe ich ein seemonster verpasst geil dann macht man das ich denke mal die soll man am anfang alle drei kriegen das macht dann glaube ich am meisten sinn dann nochmal eine ehrenrunde für die monster hier die dann einfach nicht sterben alle drei bitte ach das sind sogar vier oh gut dann wisch ich das tor nicht naja oh god nein sind doch extra gemacht dass man so dicht am wasser fliegt wenn man lade ist genau dieser 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 komische 1 sekunden sauf flackern die die hei 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 und weitergefliegt und hier und da und da und hier nicht verpasst aber das war gut das war zeitlich doch voll geil einfach so random einfach alles machen was man so machen kann noch gewinnen da war ich fast auf 30 sekunden ich glaube das war der shit das ist geil und eventuell in meinem controller mega rumklackern aber das ist ich verpasse einfach mal alles das ist nicht so cool nein man nicht dagegen da mal wieder dieses jumpscare aufflackern ouch ok kriegen wir denn alles zeitlich hin hä das das ist einfach nicht reagiert dass die hitbox einfach so klein ist ok das zieht aber mal nicht ja das auch nicht ich lande mal im wasser warum bringt mich zeitlich einfach aus dem konzept nicht ja genau die schlangen überspringen jetzt aber mal den auch gekonnt natürlich macht man so skillig kling 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 jaaaa jetzt habe ich ein zeitproblem leider hm so ein neustart button wäre schon echt gut warum kann man dieses level überhaupt auch nicht verlassen irgendwie das bringt so nix man kann einfach hier so neustart button wie das einfach nicht zählt wie das einfach nicht zählt macht das einfach einen auf tschüss tschüss daneben tschüss ja ehrenhunde tschüss ja genau weil wir verpassen einfach cooles kling 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 klinge muss nämlich die letzte schlange da jetzt bin ich komplett aus dem konzept mögen habe ich auch schon alles 100% fällig ja aber halt nicht alles ich mache einfach wie hier alle fertig ach so auf dem boden fahren ja auch noch dann mache ich hier so einen rundflug einmal so dann gibt es Tore die alle irgendwie so zwei sekunden abstand haben und mir gleich zwei sekunden geben wenn ich alle perfekt teilen bin krieg keine zeit abgezogen wie man es halt kennt jetzt kennt weiß ich vollkommen gar nicht wo ich jetzt bin oh come on das ist doch frustrierender als vorher gewesen ich habe den letzten gesehen ich habe den letzten typen gesehen nächstes mal geht es weiter ist ja voll frustrierend aber machbar wenn der zu offen ist wir sehen uns beim nächsten mal haut rein tschüss tschüss tschüss